So ein Ofen einmal, bei einer neuen Folge FabelCraft. Der Eido ist auch hier und der ist auch momentan noch auf dem Server. Und versucht man das Sachen wieder zu holen, das ist eine sehr schlechte Idee alleine. Ähm, lol, was war das? Ja, das ist irgendwie öfter so. Das ist wahrscheinlich, weil ich immer wenn ich auf dem Server connecte. Scheint aber nicht mehr da. Mal schon, zwei Eisen mit Schwerden. Oh, das ist in seiner Verbindung. Ja, Eido ist jetzt ständig weg. Liegt an dir? Ja. Alles gut. Oh man, ich habe ja gerade anstatt einer Eisenpicklacks eine Ironhole gemacht. No. Äh, egal, aber ich habe noch genug Eisen. Eisen. Das ist okay. So, jetzt kann ich hier den Diamant abbauen. Die restlichen da unten auch noch. Schon mal sehr schniekel. Nicht? Ich bin echt. Dann gehe halt ins Hauptmenü. Und dann einfach nochmal drauf. Mach ich auch gerade. So, nochmal ein Diamant. Oh, sogar zwei Diamanten nebeneinander. Das ist perfekt, ey. Hey, schon drei Diamanten jetzt. Und da vorne habe ich vorhin nochmal einen gesehen. Lol, was ist das? Äh, lol, ich bin in der Erde. Lolololol. Also, was ist das für ein... Was ist Air-Infused... Air-Infused Stone? Ja, ich habe gerade gefunden. Ich brauche das raus, das wird in das Konstrukt und mehr. Okay. Einfach alles abbauen, was so... Ja, mache ich auch noch. Ich habe jetzt keine Fackeln dabei, ist ein bisschen blöd. Okay. So, hier noch mehr Eisen. Läuft gerade. Also, das finde ich richtig geil, dass es bei uns so eine richtig geile Spawnhülle ist. Spawnhülle. Richtig nice. Oder das Teleportier-Fort dauert so lange. Ich habe gerade richtig Bock irgendwie, deswegen, ich glaube, also... Ja, die Folge hier ist... Ja, 13 Minuten. Ich mache dann einfach... Ich nehme dann einfach nochmal hin dran auf, weil ich habe gerade richtig Bock zu zocken. Was haben wir denn hier noch? Noch mehr Eisen. Ich mache einfach mal alles ab, was ich sehe, und dann gucke ich nochmal, was ich alles habe. Ich glaube, die nächste Folge muss ich mal mit... Wally und Philippow aufnehmen. Denn dann... Alter, wie viel Eisen hier einfach ist, Junge. Könnte ich auch meine restlichen Sachen zurückbekommen. Mal kurz im Neta gucken. Gehst du im Neta? Ja, gerade mal ganz kurz. Geil. Irgendwie... Irgendwie... Ah, halb ist der da nicht laut. Au. Ernsthaft jetzt. Ist das gerade dein Ernst? Aua. 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 Hä? Hä, bist du schon tot? Ich bin nicht geschlagen. Hä? Bist du tot? Nein. Hä, was ist denn das? Hä? Das kann doch nicht sein. Bist du tot? Ich habe nur ganz kurz geguckt und es hat geleckt. Ich drücke es einfach auf Füßbohren. Hä? Weil, Alter. Ich konnte vorhersehen, dass du stirbst gerade. Das hat gerade nur geleckt. Guck dir meine Folge an. Da steht im Chat, wo es... Also, hier... Hassel, let's play, wo es langt bei Zomni. Deswegen habe ich gerade gesagt, das ist gerade dein Ernst. Alter. Und dann du einfach noch so, nö, ich lebe noch. Und dann denkst du, what? Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das, Alter? Alter, ich wäre jetzt auch fast draufgegangen, Alter. Scheiße. Was war das für ein Zomni? Ja, das war aber kein Normaler. Der hat irgendwas anderes in der Hand. Oh. Jetzt steht Standort, Alter. So. Mal sehen, ob es jetzt besser geht. Herbert, darfst du auf Respawn klicken? Ich glaube nicht, oder? Das hat geleckt. Das ist ein Grund... Das ist kein normaler, üblicher Tod gewesen. Oh, Gott. Hier ist ein Dungeon. Nee, es ist kein Dungeon, aber... Alter, ist das geil. Da gibt es Doppelkisten. Sau viele Doppelkisten. Oh, mein Gott. Aber zu viele Zombies. Fuck. Ich glaube... Oh, ich habe einen Zombie-Kopf bekommen. Cool. Cool. Ich mache hier mal die Tür zu. Weil mir leckt es immer noch übelst. Ich kann da Zombies mehr kommen. Oh, scheiße. Die Latschläge ist leer. Ach so. Vielleicht haben die das ja schon... Warte mal. Das kann ich wegschmeißen. Was gibt es hier noch? Da gibt es nichts mehr. Ist hier noch was drin? Oh, mein Gott. Ist hier geiles Essen drin. Alter. Wie nice. Ich nehme mal alles mit, Junge. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ja, doch. Das nehme ich vielleicht mal mit, aber das nicht. Ich gucke mal, wie ich jetzt zu dir komme. Oh, mein Gott. Alter. Oh, geil. Wie nice. Alter. Oh, mein Gott. Ich habe gerade sauglück. Weil hier ist... Oh, Gott. Zombie wieder. Oh, direkt weggesnackt, Alter. Oh. Oh, nein. Nein, da sind so viele. Hä, warum... Alter, wie geil ist das? Alter, in dem... Ich habe so Rahmen. Aber die Rahmen... Hä, Hilfe. Das leckt immer noch wie... Ich disconnecte nochmal kurz. Oh, geil. Das hat ja echt irgendwie... Aufnahmeprobleme. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Oh, mein Gott. Ist das geil hier, Alter. Oh, shit. Ich nehme aber schon lang auf. 17 Minuten jetzt schon. Ja. Und Aido ist wieder weg. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es ist echt, irgendwann ist es heute... ...heute komisch. Ah, da ist nichts mehr drüber, aber ein Bett. Das ist nämlich doch gerade mal mit hier. Ah, jetzt geht's. Hallo. Irgendwas ist heute... Komisch. Ganz komisch. Ich habe einen Ping von 50. Hä? 36, 30, 40. Ich habe momentan irgendwie voll den Hyping. So. Ich komme dann jetzt auch mal wieder hoch und schmelze mal die ganzen Sachen, die ich jetzt alles gefunden habe. Dann höre ich auch schon die Folge auf. Oh. Und aber nehme direkt dann wieder auf. Also kein Problem hier. Jetzt wollte ich dich gerade erstrecken von hinten und dann disconnected. Wird vom Host irgendwie gesch... Wo bist du hin? Ich? Ja. Wow. Oh, 25 Eisen. Leute, jetzt kann ich einfach einen Stack Eisenbraten gerade. Nein, ich habe keine Kohle. Fuck. Egal, ich mache einfach... Kann ich mit der nicht schon schießen? Nein, mit der kann ich noch nicht schießen. Da brauche ich erst... Irgendwas brauche ich da. Egal. Auf jeden Fall logge ich mich jetzt aus und dann komme ich eigentlich gerade wieder. Und ja. Schaut beim Hissensperr vorbei. Weil... Ja, meine Folge ist jetzt vorbei. Und ja. Dann bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ouch. Bei mir ist es nur total am Lecken. So, dann... Also ich disconnecte nochmal schnell. So, Detail exportieren. Dann exportiere ich nochmal schnell. Dann habe ich schon mal alles in einem Ordner. Feins 1. So. Speichern. Ey, Feins, warum nenne ich es Feins? Ich rede ständig immer noch von Feins. Ich rede auch ständig noch von Feins. Habe ich jetzt auch gesagt? Nee, du hast ja die Brüse gemacht. Jetzt hatte ich schon Angst, dass ich Feins im Projekt gesagt habe. Oh mein Gott. Ähm, so. Dann nehme ich das hier auch mal schnell oben. Nicht auf Feins, sondern auf Fabelcraft. Fabelcraft. Oh, 1 wollte ich es nennen. Aber jetzt geht's wieder. So, Fabelcraft 1. Gut, perfekt. Und das einmal nicht speichern. Oh, Mann. Nochmal auch der City starten. So, okay. Dann 11, 9. So, dann mache ich jetzt wieder Begrüßung hier. Für mich. Ja. Oder? Ich bin ja noch ständig am Aufruf. Nimmst du nicht gerade auf? Ja. Ja. Bis jetzt noch da? Bis noch da? Hallo. Oh, ich bin schon wieder bei Ado. Skype. Und im Moment irgendwie schlechtes Internet. Ähm, da bin ich wieder nach einer zweiten, äh, nach einem, nicht nach einem kurzen Cut, nach einer, jetzt ist es eine neue Folge, stimmt. Für mich ist es einfach nur ein kurzer Cut, weil, ähm, ich nehme direkt danach wieder aus. Und, ja, ich stehe direkt mal auf den Server hier. Und, irgendwie. Und, ja, ich stehe direkt mal auf den Server, ähm, ich stehe direkt mal auf den Server. Grafik ist einfach, also ich finde die Tonqualität besagt, TeamSpeak. Ja. Egal, aber es also jetzt schnell auf TeamSpeak essen, ist doch ein bisschen. Ja. Kannst ja in der nächsten Folge, oder so. So. Dann einmal. Ey, da ist ein Schiff runtergegangen. Lol, wo? Ist da nicht eine Kiste da noch nach drin? Ich weiß es nicht, aber da ist ein runtergegangenes Schiff. Hier, Aido. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Hier, Aido. Ah, da bist du. Wo siehst du das? Hier unten. Weil ich sehe das nämlich nicht. Oh. Oh, tatsächlich. Alter, dieser Bacon Burger, oh mein Gott. Bacon Mushroom Burger. Alter, der füllt einfach sein ganzes, komplett sein ganzes Ding auf. Da hast du mal den? Bacon Cheap da. Ich brauche auch mal so einen Apfelbaum-Setzling. Meine Güte, was ist denn los? Ich weiß es nicht. Ich brauche auch mal so einen Apfelbaum-Setzling. Das nervt. Ja. Ähm, Hessen. Guck mal schnell, bitte. Guck mal. Dieser Mushroom Burger, Bacon Mushroom Burger heißt der. Ja. Der füllt seine komplette Hungersleiste komplett einmal auf. Äh, hast du noch welche von denen? Nein, die habe ich in der Kiste gefunden. Alter, wie schwer die einfach zu craften sind. Du brauchst einfach tausend Rezepte, brauchst einmal ein Skillet, dann ein Roar, ein rohes Fleisch und ein Toast. Du hast ja meine Freundin gefunden. Meine Freundin? Ja, die habe ich vorhin schon gesehen, Alter. Ich mag die, die soll mal in mein Haus kommen. Komm mal mit, was kann man mit? Was kann man dich anlocken? Mit einem Bacon Mushroom Burger? Wäre nicht so, oder? Was ist hier passiert? Das ist ja eine Falle des Todes. Mit einem Fisch? Wo? Weiß wie? Ja. Wo? Weiß wie? Da, wo es in die Mina reinkommt? Äh, in die Mina reingeht? Nein. Nicht, komm. Hier drüben, hier. Hallo. Wo bist du? Ich ziehe dich nicht. Lauf in die falsche Richtung? Kann das sein? Halt! Oh. Jetzt dachte ich, das wäre irgendein Mob und ich schrei einfach halt, Alter. Jetzt schrei ich halt, das bin gar nichts. Oh Gott. Vor Ort sehe ich, da ist Abgrund des Todes. Ist da. Schiech, geht es da tief runter. Mach sie mal lieber zu. Also jeden habe ich eigentlich noch. Ah, mit Gravel ist es leicht unnötig zuzumachen. Aber ich habe halt eine Brille auf. So. Und ich frage mich, warum der mein Skin, also das hier ist ja eine 1.7, wo wir drauf spielen. Warum der hier meinen Skin mit Brille anzeigt, aber mein HLP. Oh Gott, Junge. Ich bin mit deinem Internet-Level. Äh, kommst du mal bitte. Wasch, Junge. Ich hab' hier Probleme. Du hast Probleme. Ja, ich weiß, dass du das Problem hast. Ich hab' kein Essen mehr holen. Hinter mir sind 10 Zombies. Und ich hab' ein Holzschwert. Dann mach dir ein Diamantschwert. Achso. Du hast... Oh Mann. Ich vergesse es immer. Ich hab' ja drei Dia-Schwerter, nur die liegen oben. Dass du ja gar nichts mehr hast. Ich hab' jetzt ein Stack Eisen. Also von dem hier unten. Hast du Essen? Ich brauch' unbedingt Essen. So, ein Emerald hab' ich. Vier Diamanten. Glaubst du Essen? Ja, ich brauch' Essen. Ist tatsächlich zum Essen. Äh, ja, ich hab' Essen. Äh, hier. Da. 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 Komm hier. Komm hier. Da. Ich hab' ne Ahnung, was es ist. Und da noch ein Bubble. Danke. Ja. Bist du wieder da? Äh, ja. Ich glaub' ich hab' Krabben gefunden. Meine... Die hab' ich dir grad' hingeschmissen. Krabben? Dieses... Dieses... Diese... Bacon... Nein, nee, okay. Krabben. Ah, Krabben. Sorry, ich dachte, das wär' irgendwie... Oh mein Gott, Alter. Ich find' in der Kiste war auch noch so'n Meat Pie. Okay. Der macht auch komplett dein ganzes Essen voll. Alter, das ist geil. Mein Gott, das ist so nice, was ich da jetzt find', Alter. Du musst auch mal in die Höhle. Da sind noch richtig viele Erze. Ich bin gar nicht durchgekommen, weil so viele waren. Ich hab' jetzt hier irgendwas zu essen gefunden. So, ich mach' mir jetzt erst mal hier... Strawberry. Auf jeden Fall' Diamantschwert, das ist schon mal... ...ein Muss. Gibt's hier eigentlich... Strawberry. So, crafting to stay. Nein, nein, nein. Ohohohohoho. Gibt's hier nicht, gell? Das ist nicht so mit Technik hier. Schade. Es ist eher so... Ja, okay, ja. Wär cool gewesen jetzt noch. Na ja, ja. Nachher spiel' ich wieder auf dem Ticket-Server. Alter. Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Nein, sag' jetzt nicht, dass du schon wieder stirbst, Alter. Oh. Jetzt dachte ich grad, wo die Schrift im Chat steht, dass du jetzt einfach wieder gestorben bist. Oh mein Gott, das wäre so schlimm. Ich hab' gar kein Picture-Pack irgendwie. Dreimal hintereinander dann. Ich hab' irgendwie gar kein Tech-Job-Pack. Drehen, keine Ahnung, warum nicht. Muss mal wieder eins reinmachen. Specs oder so. Was ist dieses Iron-Shield? Äh, damit kannst du dich schützen. Muss ich das dann in der Hand halten, oder? Aber ich kann auch nicht... Nee, ich mach's hier mal ganz kurz, glaub' ich. Ich weiß, wie's geht. Das hab' ich auch in der Kiste gefunden, dort. Ah, ich weiß, ja, doch, ja, genau, genau. Hab's auch grad gesehen, oben in der Inventarleiste. Ja, geh' mal. Geh' mal! Ah, du! Nein! Bitte tu's nicht! Kann ich das auch wegschmeißen, nein? Oh! Entschuldigung! Du hast nur noch zwei... Nee, dreieinhalb. Hey! Ich hab' nicht mehr viel. Ich brauch' schon wieder essen. Jetzt geh' mir mal das Ding! Oh! Oh Gott, jetzt hätte ich fast wieder geschlagen. Geh' mir mal das... So, mach' ich das mal. Pack' ich da hin, oder? Komm, der Stein! Hä? Wie benutze ich das jetzt? Äh, du musst in deinem Inventar hinten auf das letzte Ding klicken, da. Nein! Mein Schwert ist kaputt. Versteh' ich. Ja, schon. Aber hab' ich jetzt da reingepackt und jetzt? Dann musst du auf R drücken. Ist das, glaub' ich, bei dir. Ah, ja. Mhm. Okay, danke. Ey, das ist ja mal nice. Das fühlt' sich ja dann so auf. Ja. Nee, wenn du blockst, das blockt dich genau für drei Sekunden. Hast du ein Bett? Ah, ja. Das kenn' ich. Das hab' ich auch mal aus... einem anderen Video gesehen. Da kannst du auch so richtig geile... in zwei Händen so Dolche machen. Ja. Das ist richtig geil. Ich sag' dir was. Ich hatte das ja. Gnecht mehr. Ich hatte ja zwei Schwerter. What?! Ich hatte sogar drei Dier-Schwerter und verzaubert. Oh mein Gott! Und die hatte ich jeweils in einer Hand. Alter, hast du grad gesehen, was passiert ist? Was? Ich wurde in die Luft gesprengt von einem scheiß Creeper, den ich nicht gehört hab'. Ach, ja. Toll, oder was? Ja, bin ich. Er muss sich jetzt eigentlich die Folge benden. Ja, ich bende jetzt einfach mal die Folge. Und... Ich weiß nicht. Komm, ich nehm noch eine auf. Ich darf ja drei Folgen hintereinander aufnehmen. Weil ich will meine Sachen unbedingt safen, Alter. Ähm, ja dann... Stimmt, das ist ja ein Grabstein, gell? Ja, eher gesagt in den... Dingern da. Ja, soll ich jetzt noch weiter machen? Eine Folge? Ich mach' aber keine mehr. Ja. Ich weiß nicht. Ne, ich nehm... Ich nehm keine mehr auf, weil vielleicht will ich noch morgen eine aufnehmen. Deswegen... Ja, genau. Ich hör dann heute für heute auf. Wenn's für dich okay ist, also... Ja, für mich ist das okay. Ich hör jetzt auch gleich auf. Gut, dann, ähm... Ja, wenn's euch gefallen hat. Trotz, dass ich jetzt gestorben bin. Aber wir haben heute wenigstens ein bisschen was gemacht. Und zwar Diamanten und so. Und ja, wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne da mal hoch da lassen. Und... Äh... Ja, auch beim Headsetzperr vorbeischauen. Uuuuut... Dann bis zur nächsten Folge und ciao! Ja, bei mir... Schaut beim EIDO vorbei danke fürs Zusehen. Schaut äuss käytt leider übrigens den ganzen anderen Boys vorbei, die da... Nei, mii, mii! Nei, mii, mii! die da, so bei dem Projekt dabei sind. Und danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Byeね!